Jetzt kennst du ja sicher die verschiedenen Presets, die man kaufen kann, selber erstellen kann, wo du Presets im Farblook ändern kannst und so weiter. Was aber viele nicht wissen, dass man auch dementsprechend eine Beauty-Retusche in Lightroom oder eine einfache Person-Retusche eigentlich auch speichern kann. Wenn wir jetzt hier mal bei diesem Bild auf den Maskieren-Modus gehen, hier auf die Person, das wird ja automatisch erkannt. Du kannst sagen, ich klicke jetzt mal auf die Haare, erstelle eine Maske, kann hier die Struktur dementsprechend erhöhen, benenne die Maske jetzt als Haare, gehe hier auf Plus, gehe wieder auf Person auswählen, wieder auf die Person, sage jetzt zum Beispiel Gesichts- und Körperhaut nehme ich zusammen, du kannst es auch individuell einzeln machen, gebe hier ein bisschen Struktur runter, ein bisschen die Sättigung, die Belichtung ganz wenig rauf, nenne das jetzt Haut. Das ist natürlich sehr, sehr individuell, was dir dementsprechend gefällt, also was du möchtest. Jetzt gehen wir mal auf die Lippen, geben hier ein bisschen Struktur rauf, ein bisschen mehr die Sättigung, ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Glanz, gehen hier auf Lippen, dann wieder eine neue Maske, gehen wieder auf Person auswählen, sagen jetzt Iris und Pupille, hier sagen wir, wir möchten gerne ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Struktur, höhere Sättigung, können dementsprechend die Belichtung noch ein bisschen erhöhen, ganz leicht, das weiß, die Lichter, und benenne das jetzt Augen. Dass du kurz siehst, was kann man machen, also das musst du natürlich, oder kannst du ganz anders auch machen, Augenbrauen, Maske stellen, dementsprechend ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr Struktur, so, Augenbrauen, und jetzt haben wir es ja so, dass wir jetzt die Maske erstellt haben, auf ein Gesicht, und jetzt hast du die Möglichkeit, hier auf Presets gehen, auf Plus, Preset erstellen, jetzt nenne ich das zum Beispiel, ich gebe es jetzt mal schnell rein in, ja, nehmen wir es in, ich sage jetzt Business, nein, ich gebe es rein in People, ich glaube einfach, und dann ist wichtig, dass du hier alles weggibst, also nichts auswählen, sondern nur, die Maskieren-Funktion, also das, was wir jetzt vorher gemacht haben, hier anwählen, wichtig ist, dass du diesen Haken auch drin hast, und jetzt sagst du, zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir an, Beauty Frau, dann kannst du vielleicht Beauty Mann, oder natürlich Frau, natürlich Mann, oder was du auch immer möchtest. Ich gehe hier auf Stellen, und wenn ich jetzt auf ein anderes Bild gehe, und ich gehe jetzt dementsprechend, ich habe es hier unter Piblia gespeichert, Beauty Frau, dann siehst du, dann wird hier automatisch, siehst du, die Retouche, die automatisch dementsprechend gemacht wurde, und jetzt, wenn du sagst, aber das ist mir jetzt schon ein bisschen zu, zu intensiv, oder zu, zu verrückt, dann hast du die Möglichkeit, dass, wenn jetzt du das Preset hier hast, hast du hier einen Regler. Das heißt, du kannst hier noch mehr oder weniger diese Einstellung, die du auch gemacht hast, dementsprechend hier nochmal anpassen. Also, du kannst mit einem Klick, kannst du dementsprechend sagen, okay, ich möchte jetzt dementsprechend hier etwas ändern. Du kannst auch sagen, wenn du jetzt, ich gehe jetzt mal auf Zurücksetzen, ich sage jetzt mal, ich mache das Bild schwarz-weiß, gebe ein bisschen mehr Kontrast rein, ein bisschen stärkere Belichtung, klicke jetzt auch hier auf Beauty Frau, dann werden alle diese Einstellungen, die wir vorher einmal gespeichert haben, werden automatisch hier gemacht. Also, mit einem Klick hast du automatisch die Möglichkeit, ein komplettes Preset zu erstellen, mit einem Klick Augen, Augenbrauen, Haut und so weiter zu machen und trotzdem hier noch individuell ein bisschen anzupassen. Du kannst theoretisch auch oder praktisch auch sagen, okay, also, die hat so eine tolle Haut oder so eine schlechte Haut, ich klicke jetzt hier auf das Thema auf Haut und kann dementsprechend hier noch einmal etwas verstellen. Also, du machst einen Klick, alle Masken sind auf dem Gesicht und du kannst dann noch einmal hier ganz individuell sagen, okay, ich möchte die Haare jetzt dementsprechend noch mehr Struktur, noch weniger Struktur und so weiter. Probier's aus. Und dann aufhans. ...